Bist du noch da, Gottlieb? Wofür andere alles gegeben hätten, wollte sie wegwerfen. Aber das ist doch ihr gutes Recht, oder? Das ist ganz alleine ihre Entscheidung, ob sie leben will oder sterben. Das liegt leider nicht in deiner Hand, Gottlieb. Mag schon sein. Trotzdem habe ich sie an dem Stuhl festgebunden. Du hast was gemacht? Ich habe sie mit Klebeband an einem Stuhl festgebunden. Ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte nicht, dass sie es noch einmal versucht. Ich musste Zeit gewinnen, sie davon überzeugen, darüber nachzudenken. Ich wollte, dass sie mir zuhört. So läuft das also bei dir? Wie? Entweder du bezahlst Frauen dafür, dass sie dir zuhören, oder du bindest sie an einem Stuhl fest. Du überraschst mich wirklich von Minute zu Minute mehr, Gottlieb. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Das freut mich. Ich wusste ja, dass du ein bisschen schräg bist, aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß. Du bist amüsant, Gottlieb. Und tiefgründig. Ein Menschenfreund. Ein Sterbebegleiter, der keiner mehr sein will. Ein Dieb, der Leben retten will, damit er seine Beute nicht zurückgeben muss. Irre Kombi. Sie hat sich nicht gewehrt. Es war fast so, als wäre sie dankbar dafür, dass ich sie festgebunden habe. Das wird ja immer besser. Sie war also dankbar. Zumindest später war sie es. Glaube ich. Zumindest. Du bist wirklich entzückend, Gottlieb. Deshalb musst du mich aber nicht auslachen. Ich lache doch nicht. Doch, du lachst. Und wenn ich dieses Lachen richtig deute, glaubst du mir kein Wort von dem, was ich sage. Natürlich glaube ich dir. Auch wenn das zugegebenermaßen alles ziemlich ungewöhnlich klingt. In all den Jahren hat mir keiner je so etwas Spektakuläres erzählt. Da war schon viel verrücktes Zeug dabei, aber was du hier auffährst, schlägt alles. Ja.